test test ja hoi leute und herzlich willkommen zu einem neuen volk das ist factory zusammen mit meinem baby das update 1.6.0 scherz 1 1.0 ein baby kriegt eine aufgabe von mir oder in nata wo doch heißen ding ist ja du brauchst noch diesen dings euer dings ja genau da wichtig hallo ich habe nur geschlagen dass wir gleich bestand haben nein böser gesund aus ihr kannst du deine arbeit machen ihr kannst ficken schule machen guck freunde das update 1.0 stein vertreibt mein baby kommst du mit ich hab dich geknutscht und mit menschen guck mal hier an das ist auch neu also wenn du auf meine auswahl geht um links ja das ist auch rechts hat neun phasen das hatte doch letztes mal zehn geht sie nur acht die phase ist doch wurst ich hab schon wie viel brauche ich zehn jetzt wird drauf drücken auf dem knopf mit drauf meinem schatz tutorial abgeschlossen die alte so nicht nerven ja das gab noch keine ja 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 kannst du mit freischalten baby ich habe keine ressourcen ach so warte kann ich noch eine bauen ja eisenplatte 3 eine antwort ja mein baby was wenn es rum in rumsteig ach so man muss halt mal diese dinge einstellen oh ja wenn ich das spielverlernen hätte nach dem mono und wir haben ja auch nicht mehr lange gespielt hallo na schon fertig das ist automatisch abgebrochen ja wurde rausgeschmissen das brauchst du jetzt wieder einmal brauche ich die wird dass sie jetzt so rumpelst warte mal kurz schmerz offen kannst du gleich kupferdicht drum kümmern baby das wäre echt lieb von dir verrechte dankbar und würde dich offen aus knutschen dafür dass nicht mal schauen ob gesagt was nutzen eigentlich dankens 20 und eisenplatten hat er was gesagt ein blöcke das gehört sehe auch nichts ist auch ruhig perfekt wenn du ja noch ein kiddies klinik an der rühe kommen in der art er muss doch ins bedarf morgen schule naja ich zweitlich auch aber schon wieder einschmeisen man kann es machen was das ergerstellt ach so hast du schon wollte ich gerade auch eigentlich machen haben sie schon draht das war ja deine aufgabe gewesen aber warte schmelzofen oder jeden das noch mal mit skin mit v kommt nichts hätte es eine andere option wahrscheinlich kann ich vdrücken das geht aber ich kann jetzt gerne nutzen ja moin meine fresse krieg genau leute aber ich kann für den mann baby schickt das scheißspiel heute noch hier damit das lange geht aber fast gehen kann ich nicht kommen einfach mit links bin ich gelaufen ist es verstehen warum kann ich aber auch wow bauen geht was bringt das man wartet das hast du noch nicht freiheit und unten oder hast du hast tv gedrückt muss halten oder er geht in die hau wir drück vor genau das ist mit dem spiel los weil der ist noch nicht oder kommen ob die andere zölzern hat so eine sein man verletzt andere optionen dann wird das kinder dann machen eine andere taste die 1 am pad 1 die ist nicht vergeben mensch diese scheiße nö ein v geht auch nicht oder ist das so eingeschränkt dass ich es nur machen kann habe ich keine rechte muss mir rechte geben oder was wahrscheinlich kommst du mit ich laufe einfach hinter mir ja dummes spiel muss man nicht verstehen kriegen wir einen hals ey den hals ach das geht auch oder was welche emojis aber das sind die emojis mit t drücken gedrückt halten hier ping wow kriegt man das? v geht immer noch nie hast du das spiel auf passiv eingestellt ich hoffen auf einem dominer settings sitzung verwalten wo steht das also wie wir auf optionen dann auf spielfall laufe englisch das ist auch englisch bei mir das heißt kreaturen creative als default das war schon ja genau das erste mal ist für rechte default ach ne ja genau so passiv warte ich kann dir rechte geben theoretisch da ist ein häkchen das übernimmt er wenn ein häkchen da ist dann übernimmt er aber warum nimmt er dann nicht das deutsch verstehe ich auch nicht wo war das mit deutsch ach hier jetzt warum man das nicht übernimmt ne bleibt bei englisch ok mach mal respekt also geh mal zurück zum spiel kannst du jetzt einfach eins drücken am pet 1 ne ne also dachte ich das wär was mit rechte ne also hab dir ja rechte gegeben ich hab das spiel mal rumzuspielen naja und ich zeige mal die settings tastatur belegen zurück gesetzen ja mach mal ist ja er macht dann ne 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 wenn man mal schlittern ja jeder wenigstens ja eigentlich schon da bewegen hier mich springt und dann c tricks aber zu kannst du schnell wieder ein bisschen davon wie gehen kann wie weit müssen wir denn noch laufen ja dann musst du hier sagen zum kupfer das ist kein steigsteil ganz aber gleich mitnehmen wir dann eher wahrscheinlich 10.000 jahre später so wir brauchen diese mini meiner noch deshalb will ich ja alles freischalten ich könnte zwar machen aber das wird dann kein spaß mehr das spinnt wieder da du brauchst doch nur einmal drücken ach so stimmt ja ich habe zu versagen wir in der welt man durch die ganze zeit die lehrtaste ich mal am werken bin ob du hast das spiel verlernen wird auch gleich mitnehmen brauchen wir doch dann auch wissen im alles mit bei mir aus mit mit der erung schafft man geht ja so wenn ich selber spiele das geht auch mit dem mit wahrscheinlich aber wörtlich glaube ich erst gehen also müsstest du bei dir dann selber spielen scheinen also bei mir mal dann bei dir ist unten da kommt vor kann ich nicht kennen das ist ja auch neu bei dir muss ja wahrscheinlich neu installieren dann aber bei chaos floh ist es auch auf englisch ach darf ich dir was vorlesen ich sehe es gerade im kommentar kleine informationen es gibt leute die bekommen in game nicht auf deutsch hexte trotz korrektur einstellung das ist die fehleranalyse das ist die lösung ach du musst das spiel komplett installieren alle ordner löschen und neu installieren wow ja also die installieren dann ordner löschen und dann ja da habe ich auch keine spielstunde mehr ja 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 mein schatz alter du blende es mich damit mit dem legt hier wenn du reinguckst gehe das außen finsel mit wenn du mein was bei mir reingucken wir kann nichts besser als lauer funktionieren das wird neu anzufangen spitzen leistung spiel die reihe kriegen wenn sie es vorher überprüfen müssen hat internet und baby klatsch und meine pflanze claudio akio es ist unsere pflanze wieso wird sie nicht hatte was ist das kann aber ist nicht schon herz doch trotzdem gleich noch mal mitnehmen die dicken dicker die dicken ja im auto nur einmal drücken in server card lust mit baby das ist meins wieso nicht auf deutsch die usi haben solche gemacht sind die auf deutsch ist die usi auch auf englisch hast du eh geschrieben das war ja auch zu sehen weil ich doch zu viel enter gedrückt ob wenn wir zurück fliegen fliegen meinte schreiben max dann war das da kommt zum geräusch akustisch ist den gebräts kommst mir das sperma lassen wir liegen kommst du hinter der alles meins kommst mir wohin mit ins loch weiter sein spiel neu installieren muss dann geht es wahrscheinlich hier auch gleich noch anfangen ja auch noch ein bisserl fahren nur so wenig ich habe mir anlaufen nehmen müssen ich wäre schon drauf gegangen rupferbohr muss erst denn ist schön podcast hoch und weiss chaos ist eigentlich so englisch ist diese lösung auf deutsch na das war sein kommentar was getestet wird naja dann müsstest du alles neu installieren auf den ordner löschen schon hochgeladen hat das video ja aber schnell hat nur zwölf minuten gedauert das hochladen da brauchen wir jetzt beton komisch zum glück haben wir beton geholt reicht nur nicht so habe ich schon trotzdem kabel herstellen mach erst mal trat also ja habe ich ja nicht da war trotzdem draht allerdings das ist doch traf der brauche draht meine frau strah herstellen soll ja dann fickt mit dem als baum musste der zerstören kann sein ich freue mich nicht morgen weiß ja was morgen ist nee warte erst das hier ja geguckt wird eine gespritze gegeben hier guck ich habe nicht genug heißen 40 platten da wird erreichen ich habe 43 nix rein kinderspiel danke jetzt brauchen wir ja morgen dann ein lot was mache ich oder kann mit dem kabel nah nah kabel 311 Fisch. Mein Däni geht ins Bett. Gute Nacht. Färtsch mit der Kabel. Mit Tom brauchen wir 20. Ich hab Sorgen. Ich glaub ich nicht mehr. Ich glaub ich nicht mehr. Dann mach ich jetzt auch. Wenn mir dieser Eisendang. Eisenplatte und Eisendang. Na komm. Stange oder was? Na ja ich kann ja auch keine machen. Mit dem Eisendang. Der hätte ja geschrieben. Wenn du das auf Klo willst kannst du ja runterkommen. Muss ja nicht. Warum sollst du runterkommen? Na wenn ich auf Klo will. Das weiß ich doch nicht. Warum schreibt der da? Das ist ja nicht drin glaub ich oder? Als Folge. Oh. Thema. Ne ich bin nicht. Ne. Sex. Was ist denn da blödes? Na noch nicht. Könnte den Link schicken. Moment. Nimm. Da können wir zusammenarbeiten. Da können wir zusammenarbeiten. Oder? Ihr guckt dann krieg ich hier und blink. Und den könnte ich dir jetzt schicken oder anderen. Ja. Ganz aufhören. Muss bereichen. Was brauchst du? Stangen. Ja. Aber du machst Eisenplatten. Dann Sex. Eisenplatten. Also du machst das. Also du machst das. Erstmal Dinger. Was soll ich als den Platten oder? Eisenplatte. Sex. Sittern. Aber lass das erstmal so hast. Nur so wenig. Wegen Ausrüstung. Werkstatt. Das Sex. Und dann Eisenplatten. Ich danke dir. Hast du das? Du bist die Ausrüstungsbank. Ja. Oder wollen wir alles gar nicht machen? Nein. Äh. Wie das mir kalt ist. Da mach doch Fenster zu. Ich will mit dir kuscheln. Dann hol doch deine Kuscheldecke. Du sollt kuscheln. Da wurde auch schon mehr und macht man wahrscheinlich. Ui. Schön zu decken dann. Ja und dann, oh. Ich will nur einschlafen. Na gut. Na gut exemple. abfreundlich macht es fällt doch kann wurde ronnie wer hat der lue ach du komm mal was wir jetzt brauchen dann kann es ja nicht wichtig sein wenn wir wissen wollen von mir habe ich danke fürs gespräch und dann kann es ja nicht wie sie sein mal was wir jetzt brauchen ich habe gesagt auch man hat er erst du als ich dann ja wie viel kannst du das machen erstell 100 her und an iron platte was eisenstangen iron und 100 herstellen wenn du nach haus machst du pausen dann machst du einen plate also platten wieder haben wir sogar autostart autosafe angezeigt das wurde mir auch erfreulich angezeigt im multiplayer season mobile meiner ich hätte noch ein eis nicht lange ja das safe game nicht vorher angezeigt worden ist ja ich bin jetzt nicht über ein multiplayer gespielt hat wurde mir bei dir angezeigt weißt du wie ein autosafe platten nicht aber stangen ja gut war da mal kurz was brauche ich für mobile maler als ein platte wie tust jetzt sind bitte maschine ein ich mache hände die ja auch da die bereitstecken kann futteranlage hat nur nicht genug platten durch trotzdem reinschmeißen mach einfach einfach ja habe ich kann es auch gleich beton an die herstellen ja nicht zwei und weiß ich noch 144 draht rätmeinster ja drehte acht draht drehte sommer ist korinth kaka er kommt mal das haben sie auch gerne das nicht gerade ist das jetzt ja so ist so mit dem bogen ist ja es gibt jetzt ich weiß nicht es gibt auch verschiedene baumodien jetzt mittlerweile irgendwie so weit da kannst du irgendwie klicken dann macht er sich automatisch und struktur verstärkte eisenplatte melzofen bau eisig dann brauche ich fünf ja das immobil am wo ist denn der eck gestern ja kann ich ja noch nicht nutzen warum nicht noch kein strom oder aus maß recht um überhaupt so viele gemacht so weit nur haben wir strom überhaupt müssen wir aber hinten aufpassen der frist auch nicht schnell wieder weg die dummes frage ausrufezeiten noch mal du kannst es ja drauf drücken hier was da rein schmeißen kannst das kommt dass die frage das ist einmal im gebäude hier kann sich anpassen kommen herzen wir mal 12 pro minuten da kommen aber kann sich anpassen den kick kann man helme tauschen mein logo farben etc aber was kommt mal was für einen fetten helm ich habe können sie umziehen und zu den hier acht gott hat man gewunken hat sich aber einem kleinen da kommt man mich an mein blau das ist das geld die also richtig quietsch gebe in quietschen mal die ganze komischen kürzeugs da wii gelbi ich mache jetzt save mal der automatisch Ja, das war. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 guck mal was ich weiß naja guck mal an mein ob ich meine immobile mal neun das damit hat das soll es mal hingehen ach naja steht nichts doch das der hat was hier gibt es nicht ab und meine ich du musst du schon was ruft ja platten und dings mobile man das geht das schon wo denn bist du blind fisch gemalt zum hau wo ich dir rechts genau da geradeaus links ja wo denn oder was ja da kann man wieder meiner da war es schon richtig und ist damit die sachen aufnehmen hier ja als aufsteuerung links drücken jetzt sind wir arbeiten wollen brauchen wir denn dafür hier oben bereit platten oder was mhm also wieder hier jetzt kommt der geschnürt so hm ich liegs höh schon fällig die platten ronni du kannst doch beton erstellen kann ich doch nicht wenn ich keinen beton hab ja genau du doch gar kein dings kalk doch gar kein dings kalk ich möchte noch beton erstellen heißen platte drinnen noch ich werde krug hm nein Zeit nein nicht doch nein nicht doch nein nicht doch nein ich bin 19 es ist das mal machen ein bisschen damit zusammen würde denn das spiel ist 19 lehrer hat und 20 geben 19 lehrer oder wenn sie freunde mir zu erfahren hat lass gerne ein like und ein abutter und dann sieht man sich bei der nächsten folge wieder tschüss 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 tschüss